So, hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Engage to Jabberwarp Und ich habe in der ersten Folge gesagt, ich zeige euch einen Boss Und zwar den ersten, denn für die anderen habe ich noch nicht genügend Nerven Und daher bin ich schon mal auf Screens kurz vor dem ersten Boss hingerannt Smith ist der erste, den man, wenn man das Spiel in der Reihenfolge spielt, plätten kann Und ja, hey, hey, ich bin schon mal in so eine exponierende Plattform reingraben Deswegen habe ich zwei AP weniger Großartiger Start Aber egal, lasst uns anfangen Und wir werden sowas von, glaube ich, vielleicht, vielleicht gehen wir drauf Vielleicht aber auch nicht Egal, lasst uns anfangen Yeah Und das ist der Boss Smith Oh, wow, das passiert mir jedes Mal Es ist, wie gesagt, der einfachste Boss Naja Schwer ist er noch nicht, wie es wird Und man sollte diesen blauen Strahl unbedingt kontern Sonst hat man ein ziemliches Problem Ich weiß gerade nicht Ah, doch, da steht er wieder drauf, was ist er Gut, überhaupt ist der Komplett, das ist nicht Quark, falsche Richtig Schwer nicht Upsi, Aua Aua Schwer So, jetzt Gleich ist er tot Oh Gott, jetzt macht er wieder durch Und Der Boss explodiert noch Und das heißt Man kann noch Selbst wenn der Boss tot ist, draufgehen Okay, das war jetzt der Einfachstort Und wir haben den Aerys Orb erhalten Und statt dem Aerys Buch haben wir jetzt den Aerys Orb Yeah Ja, Bosse können einen killen, wenn sie tot sind Das ist Das habe ich mit Erschrecken damals feststellen müssen Und dann war ich auf einmal tot Egal, lasst uns weitermachen Also, dann gehen wir auch gleich schon mal zum nächsten Raum Und zwar hier Ne, scheiße, noch ein Boss Bloß nicht Oh, shit Jetzt habe ich Homejunk gemacht Nein, das wollte ich doch gar nicht Egal Dann laufen wir schon mal wieder mal hin Nein, nach oben Können wir nicht Weil da, wir Das blaue Schloss wir offen haben Können wir alle da schon Ja, waren wir War da irgendwas besonderes? Nein Okay Ehrlich gesagt Mir haben die letzten drei Parts nicht wirklich gefallen Ich weiß nicht warum Wahrscheinlich, weil ich immer so stumpfsinnig rede Kann sein Ähm Hier was Nein Entschuldigung Ähm Oh Gott, nein Nicht der Raum Ich hasse diesen Raum Ja, er lohnt Oh Gott Okay Allzu schlimm ist er doch nicht Das war jetzt nur diese ganzen Bände Diese ganzen Förderbände Ja Damit Wo man rechts drauf gehen kann So Und wir haben ein neues Buch Was für ein Keine Ahnung Ich kenne die alle nicht auswendig Ist auch gut so, glaube ich Ähm Wo gehen wir jetzt lang Wir gehen mal nach Oben Denn da ist glaube ich noch ein gelben Raum Wo wir rein können Und zwar Da Und wir werden diesmal nicht Derbinden Oh Gott Was Ich kann ein Gegner spawnen Ich kann ein Gegner spawnen Was soll das Oh Gott, ich bin so What the hell Was Soll hab ich da grad gemacht Ja Hör auf Gegner zu spawnen Ja Oh Gott Oh, das ist mir zu viel So ein paar Gegner stecken Denn hat mich Ehm Dinglich Boss Ähm Gefängnisturm Bei Bunnymost 3 Der konnte auch Gegner spawnen Das fand ich auch nicht so Neulich wüsste Okay War hier irgendein Aufgang Ähm Nein Okay Wo gehen wir jetzt hin 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 Wir gehen jetzt erstmal Ähm Keine Ahnung Planlos rumlaufen Man hat schon immer gewissen Glaube ich Okay Okay Da lang können Waren wir schon Waren wir schon Oh Gott Ich hatte das manchmal Man weiß nie Wo man Hingehen kann Und wo nicht Ne Da waren wir auch schon Oh mein Doch Weiß man schon Wo man war Und wo nicht Das einzige Problem Ist nur Oh Gott Nein Nicht noch Und auf Einer Einer pro Folge Reit Okay Später werden es glaube ich Fünf pro Folge Wenn ich gut bin Und wenn ich schlecht bin Nur einer Weil ich ständig Drauf gehen werde Ah Jetzt bin ich am Anfang Okay Am Anfang Da Nee Da kann ich Doch da kann ich Vielleicht Ja Ich gehe mal gucken Ich muss hier aber erst Auf grün umstellen Hier Bam Bam He he Das heißt wir gehen jetzt erstmal Hier nach oben Und die Über die Förderbänder Nee Oh shit Ich vollidiot Na großartig Nein Daneben geschossen Bam Ich sollte Ich komme immer aus Versehen Auf Homejump Das ist mir jetzt schon So oft passiert Auch wo ich gerade Offscreen Versucht habe Zum Boss hinzulaufen Ich habe den Weg Erst nicht gefunden Bis ich mal gecheckt habe Dass ich endlich den roten Äh Gelben Schalter Einfach umlegen muss Ja Ich bin ständig Aus Versehen Auf Homejump gekommen Was war nervig Hm Gleich sind wir Offenlicht Hier Jetzt sind wir mal Aufgeschehen Mist Oh Treffer Ähm Wir sind völlig falsch Bemerk ich gerade Oh god Was ist los Was heißt Hauptuhr Ah ich glaube Ich glaube Ich weiß Wo der letzte Boss wäre Kann ich ja mal gucken Ich glaube Nämlich Der wäre Jupp Hier ist er Nicht hier lang gehen Die Plattform Exportieren alle Und immer schön Den unmöglichsten Weg gehen Ja Ja Da ist Da wäre Der letzte Boss Ist das hier War ich Ich schon Ja Hier war ich Schon Okay Hier war ich Schon Alles ist so verwirrend Alles ist so verwirrend In der Welt Wo geht's hier lang Wo geht's da lang Nein nicht durch die Mitte Warte ich aktiviere Lieber diesen Händland Sonst kann ich gleich Nicht wieder den ganzen Weg zurück rennen Ähm Rot Ich brauch Rot Ich dreh durch Aber wenn ich Rot mache Ist grün weg Ich brauch Geld Gleichzeitig Oh my god Ich bin so am Arsch Ich hab absolut Keine Fall Um was ich Tun muss Ähm Da unten Neher Brauche ich Blau Für Ich kann jetzt mal Gucken Ob ich mit Blau Irgendwas Ja ich glaub Schon Falls ich dafür Nicht irgendwie Rufen Brauche Oder so Ich geh jetzt hier Noch um Gehe Und nach Hier Und hier So vorbei Dann müsste Da eigentlich Eine blaue Tür Jetzt offen sein Glaube ich Irgendwo Na wir werden's Ja sehen Hm Es ist ein einzig Weil wir werden's Dieser Emerald Dungeon Ja die blaue Tür ist offen Explodiert Ne Explodiert Ne Gut zu wissen Und Was War Was Auch Was Auch Was denn Sonst Ja Ich mein Doch Immer Ich springe Haus Das heißt Wir können Nein Können Nicht Verbrochen Grün Oh Interessant Jetzt weiß ich Wie ich das Schaffen Könnte Ich brauche Grün Und Rot Ah Ich glaube ich weiß Wie Das heißt Wir hauen hier Rot dran Und auf der anderen Seite Grün Das heißt Wir haben Rot Grün Und Gelb Aktiviert Das heißt Leider kann man Nicht alle Viel Schluss Mal gleichzeitig Aktivieren Doch Und Scheiße Wir haben noch Ein bisschen Zeit Glaube Hier Haben wir Okay Jetzt Jetzt haben wir's Aber Will ich Hoffen Das heißt Wir gehen Jetzt nach Ne Warum Geh ich Nicht Durch die Mitte Wir gehen Jetzt Nach Hier Nach Hier Nach Hier Und Das Klingt Wenn wir Da unten Hinglaufen Ah Gucken Ich bin Jetzt Neugierig Geworden Hier wird Die Unten Boss Uh Ja Wow Sag Ich Doch Oh Oh my god Ich hab Jetzt Angst Es fehlen Jetzt Nur noch Sechs Räume Die ich Freischalten Muss Beziehungsweise Freibatteln Aber Geplättet Schon seit Jahrhunderten Hier öffnet sich Kommt ja das Ich kann wieder Über die Luft laufen Und Ich bin hier Und da wollte ich Gar nicht hin Na Großartig Egal Juhu Auf geht's Wo können wir Jetzt alles hin Wir können Hier hin Oh Vielleicht noch Oh Hey Help Portion Juhu Oh god Ich war hier noch überall Gar nicht Ich bin völlig Entfallen Hau Hau Schwer Ja Also Nein Zuck Schöp Oh Ganz Ich hab Ich Nicht Wollen Äh Boss Weg Hier Aha Ach Hier Ah Da ist Nicht Kann nicht lang Hier war ich aber schon Oder Ja Hier war ich schon Aber Führt das nicht An Wo ich eigentlich Hin wollte Ja Sieht so aus Jo Führt das Juhu Es führt Dahin Wo ich eigentlich Hin wollte Das ist echt zuvoll Okay Jetzt können wir hier durch Und Was ist jetzt Na toll Wir brauchen Blau auch noch Dafür War irgendwie logisch Was ist hier Nix Achso hier waren die beiden Ach Jetzt bin ich wieder hier Nein Ich dachte Und jetzt Hier lang Oh Gott Wir schaffen in dieser Folge Nix Das sag ich euch Nix Boss Wenn ich schnell genug bin Ja Geschafft Ah jetzt bin ich hier Wo Sehr Komm schon Erscheine 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 Nicht da Auch nicht da Komm rüber Ah wieder einer Ah wieder einer Wo 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 Komm her Komm her Noch eine Und ich bin gleich tot Ich bin so Wo 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 Komm her Komm her Komm her Komm her Ich befehle es dir Ich befehle es dir Nein Groß Sag ich Wette Jetzt kommt sie Wette gleich Kommt sie dann Hallo Willst du mal freundlicherweise Kommen Hallo Hallo Mann wie oft habe ich jetzt Hallo Oh Andere Seite Ja einmal hier Aber nicht da wo ich bin Na toll Ne Jetzt bin ich gleich tot Schaff ich nicht Komm her Ah Mist Komm her Komm her Komm her Krass Oh Ich dreh durch Ich hasse sowas Wenn man auf die Gegner warten muss Ich bin tot Yay Na großartig Wo starte ich? Na toll Äh Hiermit beende ich die Folge Leider Ich verabschiede mich dann auch schon wieder Ciao Und bis zum nächsten Mal Bäm